So, dann sind wir hier am Portal angekommen. Sieht sehr nett aus. Ich weiß ja mittlerweile, was das hier sind. Das sind Wiederbelebungspunkte. Das heißt, es ist möglich hier zu sterben. Warten wir noch auf den guten Steff, der da oben sein Wissen einsammelt. Muss ich jetzt hier durchlaufen oder was? Nee, hier ist es, wenn du stirbst, dann kommst du hier wieder raus. Kannst du dir dann aussuchen, wo du raus möchtest. Und wieder ein Video? Ja. 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 mal ein paar noch ein paar tote gemäte auf autospielen um eine maus zu lösen kalanierter zocken äh Feuer anzünden hier ist Wissen drauf ey kritischer Treffer wie ist es so zu schießen, wie muss man da, ich finde, schießen ist bestimmt cool ja, müsste ich eben Loot Geld das andere Beine Metall wie teilt ich das auf? hab ich überhaupt reingeguckt in das Ding ach, wahrscheinlich, wenn ich jetzt reingeschaut habe, ist das jetzt mein Loot dann passiert beim nächsten nicht rein ja, haben wir mit dem anderen reingeguckt ne, das siehst du, das siehst du, so wenn es so in der Tasche auf dem Boden ist, dann ist das Loot ja, du kannst so, jetzt sollen wir hier Zombies reinlocken ich töd ihn mal an ich glaub, well ja nicht töten, Steff Achtung, Feuer ach so he 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 brenn ein bisschen also ein bisschen ach ja, genau so gute Idee ok halbgefressene Leichtuntersuchung da kommt einer oh, hier named zombie oh, x balikan mehr davon ok er hat ne Quiz gedroppt für jeden einen sehr schwierig etwas seltsames geht auf der Welt vor das ist ja auch bestanden die Mayas haben schon vor langer Zeit prophezeit, dass ich das Ende des Zeitalters sei dass nicht das Ende des Zeitalters sei manche sagen, wir würden lediglich aus einer Phase einer anderen übergehen während andere die Quiz verschwunden irgendwas behaupten lieber schneller annehmen so aufheben müssen wir noch die Leiche ok, jetzt müssen wir aber wir zurück dafür glaube ich 80 Meter hier hoch äh, wo müssen wir hin? x wird da oben auf dem Berg angezeigt ach so, bei mir können wir erst was andere machen dann ich weiß gar nicht wie man den Quiz umschalten können aber für das andere werden wir die ganze Straße weiter gehen müssen, bis wir hinten raus sind und für die Mayas müssen wir aber auch nach da vorne ich hab hier ein x da in die Richtung ich auch ok ich hab ein x in die andere Richtung ah jetzt ist das Büro das Missionsbüro ok ok zum Nachdenken zum Nachdenken der Leiche über Raus ist im Kreis gesucht. Okay. Kommen wir auf den Berg da hoch. Äh, in die Seitenstraße. Das ist bei ihm wieder zurück oder so, das ist... Ja. Müssen wir hinten lang. Ding. X ist die Mission für die Maja. Du warst über den Kastamt. Altenklack schicken. Kastamt. Ja, der ist hier oben. Achso. Müssen wir da zurück in die Hauptstadt oder was? Weiß ich nicht, ich muss doch auf den Neuf gucken. Äh... Die Maja-Überrest. Boah, die Karte ist ja geil. Der weiß erscheinen, der irgendwie... Ich glaube, dafür müssen wir in die Hauptstadt zurück, um die Quest zu machen. Weil diese aufgefressene Leiche war die Hauptquest, die wir gerade anhatten. Ja, also von einer Handvoll Zombies. Und der Karte ist ja echt geil. Hm. Da kriegst du noch ein X? Nee. Das X ist, geh zurück zur Stadt. Sie ist wieder hinterm Teleporter sein, so zurückporten mäßig. Hm. Nein. Ist das dein Luft jetzt, Dürrlo? Wir haben... Basis Staub. Geht's einfach auf, wir können eh nicht reingucken. Wertigungsmaterial. Basis Feuer. Und... Packs. Also nur Geld. Hm. Das Packs wird doch jetzt halt. Das sieht man schon. So. Ich sprühe den immer wieder anmachen, das geht immer wieder aus nach dem Kampf. Habe ich noch ne Quest? Wenn du auch kein Ergebnis sehen... Das ist vielleicht ein Kugeln für Andy. Hm, Müssen wir eigentlich hier das vorlesen? Nur die Hauptquest vielleicht. Hier müssen wir... Die Position auf dem Wagen mitnehmen. Ah, das lässt sich machen. Ja... Überall werden viele Leute gefressen.